Wir hatten alles genau geplant. Aber die Nexep wird wegen bandenmäßig organisiertem Waffenschmuggel, Folter und schwerer Vergewaltigung vor Gericht gestellt. Eins verspreche ich dir, wir gehen nie wieder in den Knast. Das sollte unser größter Coup werden. Wir hatten an alles gedacht, nur nicht an den Zufall. Komm, den Kitterfest, sonst knall ich ihn ab! Und dass wir in jener Nacht ihnen begegnen würden, war nicht geplant. Das sind Elite-Bullen! Das sind keine Bullen! Hendo! Lass die Waffen fallen! Waffen fallen lassen, sag ich! Was soll der Blödsinn? Wir stecken alle in derselben Scheiße. Was wollen die Typen da draußen, hä? Einen Gefangenen! Ihr werdet alle sterben. Sie werden euch töten. Er hat selbst gesagt, wenn was schief geht, muss jeder sehen, wo er bleibt. Es ist ganz egal, mit wem wir uns zusammentun. Wichtig ist nur, am Leben zu bleiben. Hör mal, Santino, wir müssen hier abhauen, verdammte Scheiße! Wenn du ihn jetzt bewegst, macht das alles nur schlimmer! Ich werde dich schon hier rausholen, du Arschloch! Niemals wird er sie aufhören! Nicht gettet! Nicht gettet!